Ja, drei Viertel der Wähler, also drei von vier, sagen, wir brauchen Veränderung. Die haben die Nase gestrichen voll vom rot-schwarzen Machtkartell. Das heißt, ÖVP, SPÖ, die Zeit ist vorbei. Wir haben denen viel zu verdanken, auch diese große Koalition ist heute hohl, die ist leer, die bringt nichts mehr zusammen. Und deswegen verstehe ich alle, die sagen, ich drücke die nehmen durch, die zwei. Und jetzt ist die Frage, welche Veränderung wollen wir? Welche wünschen wir uns? Und da stehen zwei Konzepte zur Auswahl. Eine proeuropäische Variante unter Van der Bellen und eine nationale populistische Verengung mit Stacheldrahtzaun, einmal rund um Österreich. Ich will, dass meine Kinder, dass die Generation unserer Kinder in einem Europa aufwächst. Auch wenn vieles in der Europäischen Union derzeit nicht gut und nicht gut genug läuft. Aber die Destination heißt Europa und deswegen wird mein Kreuzerl beim Van der Bellen sein.